Also diese Unterstufe mit dieser anderen Stimme finde ich mega geil, weil die so nochmal... Es zeigt so ein bisschen auch, dass MyZap auch, er macht ja manchmal Tracks, die komplett anders sind, wo man einfach merkt, der Junge ist einfach total kreativ und er könnte vielleicht noch mehr machen. Willkommen zurück auf diesem Kanal, ich bin Jay und heute reagieren wir mal wieder auf MyZap und zwar auf den Track Elend, ein sehr vielversprechender Titel. Ich bin leider ein bisschen spät dran, aber auf MyZap kann ich nicht auslassen. Ich habe glaube ich bis jetzt auf jeden MyZap Track, seitdem ich angefangen habe zu reacten, reagiert und wäre natürlich schade, wenn man den auslässt, deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit der Reaction zu Elend. Schöner, nachdenklicher Beat ist das, was gleich auffällt. Nice, dass das auch alles ein bisschen schwarz-weiß gehalten ist. Also ich gehe mal davon aus, wird wieder ein emotionales Ding. Beat gefällt mir, der ist irgendwie so timeless, der ist so zeitlos. Ich kriege das nicht aus dem Kopf raus, dass MyZap so wie Bones klingt. Das ist irgendwie, also könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr das genauso seht, es geht einfach nicht raus. Sofort, wenn dein Mund aufmacht, klingt er wie Bones, aber es ist natürlich viel tiefgründiger oder öfters tiefgründiger als Bones. Auch hier wieder am Start, finde ich sehr nice. Jetzt musste ich überlegen, ob er das auch war, aber ich denke schon, weil es steht ja kein anderer Name da. Es war quasi nur ein bisschen anders betont, der klingt ein bisschen anders, aber cool. Was ich jetzt gleich wieder sagen kann, der Inhalt ist natürlich ähnlich MyZap, aber es ist ein bisschen anders, weil das alles ein anderes Feeling hat durch den Beat, der finde ich so zeitlos ist und alles, auch wie er hier am Strand sitzt, das passt, haben sie auf jeden Fall da eine gute Connection gefunden und er reflektiert auch eher so, also sagt nicht alles ist scheiße oder so, sondern er ist reflektierend. Das finde ich ja immer cooler, wenn das MyZap, wenn er das so macht. Ich finde, er hat auch sehr, sehr viel Talent, weil er wahrscheinlich auch viel erlebt hat. Finde ich cool, so diese Herangehensweise. Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck, ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Vermutlich jetzt auch wieder ein Zitat von einem Film oder so gewesen, aber ich bin kein Filme-Gucker, von daher kann ich das leider jetzt gerade nicht zuordnen. Unser großer Krieg ist ein Spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Das ist gut, das ist kreativ, wenn er da so ein paar Zitate noch mit einfliegen lässt. Heute, die Brüder sind verloren. Ich bin wieder in der Schulzeit. Halben Weg im Kopf, Melodie auf meinen Nornen. So viel hab ich durch die Krisen schon verloren. Oft hast du gegeben, oft hast du genommen. Oft hab ich verloren, oft hab ich gewonnen. Wie oft, dass ich mit Kippen am Balkon und sah das Blaulicht wie der Spiegel am Beton. Aber ich finde cool, dass er jetzt quasi dieses, was er verloren hat, alles in seine Tracks steckt. Und ich finde, das merkt man halt, wie gesagt, auch an der Frequentierung, wie er die Tracks droppt. Und mega viel Arbeit, wie er dir da reinsteckt. Und auf jeden Fall dranbleiben, das kann nur jemand, der ein bisschen was erlebt hat. Ich sah Menschen sterben, alles vergeht. Versucht den Sinn des Lebens doch zu verstehen. Wie sie den Glatz in ihren Augen verlieren. Wie sie das Glück in ihr Zuhause verlieren. Alles wird, doch wer weiß schon. Wie viel Raum, wie viel Zeit noch. Hype geht, wo der Hype kommt. Musik hat mich gesaved. Musik hat mich gesaved. Dazu muss ich sagen, jeder muss auf jeden Fall so ein bisschen seins finden. Sonst ist man, glaube ich, heutzutage verloren. Jeder muss irgendwie sein Hobby finden, seine Berufung finden, das, was er am besten kann. Und das halt irgendwie machen. Und sich damit safen, sozusagen. Also cooler Satz, den er hier gedroppt hat. Musik hat mich gesaved. Also diese Unterstufe mit dieser anderen Stimme finde ich mega geil. Weil die so nochmal einen übelsten Twist bringt. Und es zeigt so ein bisschen auch das Mindstap auch. Er macht ja manchmal Tracks, die komplett anders sind. Wo man einfach merkt, der Junge ist einfach total kreativ. Und er könnte vielleicht noch mehr machen. Oder er könnte, oder da steckt noch mehr drin. Das finde ich immer cool. Musik Elend. Ziemlich nicer Track gewesen. So elendig war es aber gar nicht. Es war natürlich wieder ein richtig geiles Ding. Mit Elend ist natürlich sicherlich irgendwie die Vergangenheit oder irgendwas gemeint. Aber ich finde es super, dass er das, wie gesagt, so aufarbeitet und uns diese geilen Tracks serviert ständig. Und in dieser Frequentierung ein Track, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Durch diese zwei Ebenen. Also mit diesen zwei Stimmlagen, was ich ja vorhin gesagt habe. Auch diese ganze zeitlose Stimmung hier an dem Strand und so ein bisschen in der Luft hängend. Also quasi rein gedanklich. Fand ich cool. Hat mir gefallen. Wenn euch meine Reaktion gefallen hat, dann könnt ihr es gerne drunter schreiben. Ansonsten bis zum nächsten. Euer Jay. Ciao. Ciao.